Wir sind Rabea und Wirte und wir schlagen die Fußballfrauen. Wir sind Maggie und Steffi und wir schlagen die Handballfrauen. Rabea! Wie viele brauchst du noch? Zwei! Ganz ehrlich, das ist nicht so echt! Das ist doch nicht so doll! Heute ist keine Rhythmus! Tick! 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 Das ist noch! Das ist noch gefüllt! Ausbaufähig, Ausbaufähig! Tick! Tick! Jetzt kommen aber! 12 bei 12! Ja, 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 ja! Was lange braucht, ist die Technik. Aber wenn man es dann rausgekriegt hat, dann läuft es. Ja, Rabert schlägt sie. Rabert schafft eine 10. Locker, locker. Also unter 10, hoffe ich mal. Ja, ja, ja. Wir sind doch mit 11. Noch 11. Das war die Erste. Ja, das war die Erste. Ja, das war die Erste. Dann geh ich, dann geh ich. Oh! Komm auf! Schaffe ich, schaffe ich. Wie sieht das hier aus? Schweiglitz. Abgerechnet wird am Ende. Ja, der 10. Das erste Spiel gibt mir nur einen Punkt. Von daher lassen wir den erst mal den Punkt. Wir wollen das Feld von hinten auf. Yes! 1 zu 0! Wir wollen es unter Druck. Das macht gar nichts, weil wir haben Maggie Schröder. Unter Druck kann man am besten arbeiten. Aber wer hat's vorgemacht und ich mach's nach. Immer in die Mitte. Und dann steht's gleich 3 zu 0. Ja, da muss ich loslegen, ne? Ja. Nicht ablenken. Bibi! Keine Punkte, keine Dose. Airboy nennt man das. Ui! Alle guten Dinge sind 3. 2. Muah! Hex, Hex, Pinti! Absperrung hier! Das ist wie ich schaffst. Oh! Oh! Da wird 2 runter! Das ist echt ärgerlich, ne? Oh! 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 Ich- viel gut. Oh! Jetzt ist der entscheidende Füfte! No swamp! Sie gehen wie runter! Ja! Is das sie! Große Kloppe. Ja! Ha! Hab sie Ohne, du bist Queiner! Geh mal ein bisschen runter! Das ist nicht zu quals! Mantnerin痛 tragisch! Um unserer this. Yeah! Not Andy! Ja! Neudermann! Ich höre schon auf, ich höre schon auf. Oh, oh! Ihr dürft nachlegen. Du glaubst schon an die Treppe, ne? Irgendwann muss es drin. Das ist der dritte oder so, ne? Jetzt wird es peinlich. Aber zwölf beim Fußball. Ja! Ne, 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 der bleibt noch. Das ist rechts. Ja! So, du darfst nachziehen. Du kannst das, du kannst das! Ja! Wir sind alle gut! Ja! Jetzt müssen natürlich im Sundance die anderen beiden. Ja, doch! Ja! Ja! Das ist unfair. Sie macht 7 Meter. Ne, mein nicht mehr. Das glaube ich nicht mehr. Okay, löschen wir vom Band. Schnell, schnell, schnell. Okay, ich fang an. Das ist aber eigentlich so blöd zu anfangen. Ja, dann... Ey, Steffi, ne? Jetzt aber! Nicht für Ego. Nicht für Ego. Nicht für Ego in die Hose. Dann geht das hier jetzt auch in die Hose. Ja! Bäm, 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 bäm! Du machst gar kein Problem! Huuuuh! Auge auf Ego! Bäm! Der ging drunter! Der ging sogar drunter! Ich auch! Das ist halt für die Sportanschläge! Die Kamelrennen, das passt zu uns! Finale, Lante, Finale! Kamel 2 oder 3, auf jeden Fall als erstes. Kamel 1, was soll ich dazu noch sagen bei der Nummer 1? Auf die Plätze und los geht's! Drei! Streckt euch an, ihr Lante! Streckt euch an, ihr mit viel Gefühl in die Mitte, bitte! Aber runter ist hier! Lante, strengt euch an! Die 1, die 3! Nein! Die 1, die 3 an der Spitze, Lante! Nein! Steffi, komm! Da war ein Bär! Oh, ich treff 0! Eni, geht das rein! Streckt euch an, ihr! Oh, Bär, ich hab 0! Die 4 hat sie auch auf den Weg gemacht, die 3 in Führung! 3 an der Spitze, Lotte! Endspurt! Finale! Nein! Die 1, 3, 3, 1! Nein! Der ist los! Komm, Steffi, komm! Finale, Lotte, Finale! Oh, nein! Die 1, 3, 3, 1! Der ist los! Komm, Steffi, komm! Komm, Steffi! 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 Ja, Mann! Ja, ich mein... Ja, ich mein... Ja, ich weiß ja auch nicht. Das ist die Frage, ne? Ich dachte, ihr könnt besser als ihr mit der Hand. Ich bin groß! Nächster im Saal. Einmal gewonnen, ein Haufen Glück! Bitteschön! Viel Spaß damit! Das ist für euch! Vielen Dank, ihr seid ihr bei mir! Jaaaa! Jeeeaa! Jeeaa! 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 Jeeaa!